Die Familien der 240 von der Hamas aus Israel verschleppten Geiseln setzen ihre internationale Kampagne fort, während ein Sprecher der Hamas angekündigt hat, dass einige der ausländischen Geiseln in den kommenden Tagen freigelassen würden. Die Familien der Verschleppten versuchen weiterhin die Welt aufzurütteln. We really need the entire, all the pressure that we can get, in order to demand Hamas to free the hostages. It makes no sense to live in a world when people get kidnapped from their beds, when people get kidnapped just by going to a party. Israels Armee gibt die Zahl der von der Hamas nach Gaza verschleppten Geiseln mit 240 an. Fünf sind bisher befreit worden.